Und ein Moinzen zum Preview-Podcast vom Pokalspiel übermorgen um 18.30 Uhr in Leverkusen. Ja, gehen wir erstmal mit dem Pokalwege durch uns der beiden Mannschaften hier. Leverkusen hat ein 1-4 in Aachen in der ersten Runde weitergebracht und dann ein 1-0 zu Hause gegen Paderborn. Bei uns war es das 0-1 auswärts bei Hansa Rostock. Und das Pokaldrama, das 1-2-Nachspielzeit Al-Gadoui nach Solo-Wamangituka beim HSV. Genau, da wurden wir jetzt bei Zugelost. Mittwochabend 18.30 Uhr beim Bundesligisten. Es wird ein richtiger Stärketest, weil wir wollen ja diese Liga zurück. Und Leverkusen ist da ein Klub, der da auf jeden Fall oben mitspielt. Aktuell Fünfter. Genau, Leverkusen ist auch so eine Mannschaft, wo wir jetzt natürlich nach der Pauli-Leistung von uns, oder nach der Aussage von uns bei Pauli, kann man fest davon ausgehen, dass wir mit der Leistung mit Leverkusen erstens nicht bestehen und zweitens auch nicht weiterkommen werden. Aber Leverkusen ist auch eine Mannschaft, die jetzt nicht zu diesem Kreis wie Dortmund, Bayern, Leipzig und sowas gehört, wo du eigentlich davon ausgehst, dass du rausfliegst. Ich finde, Leverkusen ist immer noch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir rausfliegen. Klar, das Bundesligist ist Top 5 gerade. Die jetzt in den letzten Zeit ein paar Siege geholt haben, haben es auch so eine komplette Hoch- und Tiefmannschaft. In Leverkusen haben sie jetzt verloren und davor haben sie viele Spiele gewonnen. Düsseldorf, Paderborn, Mainz, gut, das waren doch alle keine guten Mannschaften. Gegen Berlin verloren, gegen Köln verloren, gegen Schalke gewonnen. Stimmt, die haben sogar in München gewonnen. Das ist halt so völlig durcheinander. Überhaupt nicht einschätzt war, wie Leverkusen am Dienstag kicken wird, äh, Mittwoch kicken wird. Die haben auch am Wochenende, habe ich gesehen, Samstag 18.30 ist das Topspiel der Woche, oder das Topspiel des Bundesligaspieltags. Einen wichtigen Kracher gegen Dortmund zu Hause kam, ob die jetzt vielleicht sogar Leute dafür schonen werden. Ähm, aber, und Euroleague haben sie ja auch noch, soweit ich das weiß, müssen sie in Euroleague vertreten sein. Das heißt, äh, vielleicht ist es bei uns ja jetzt nicht der Nummer 1, äh, vielleicht legen sie da nicht unbedingt das größte Augenmerk drauf. Keine Ahnung, vielleicht schon sehr wen. Wir hoffentlich nicht, weil Pokal wäre schon cool weiterzukommen. Klar, der Aufstieg ist wichtiger als Pokal. Aber, wenn wir da jetzt mit irgendeiner BF reingehen, wird die Chance noch geringer, dass wir da irgendwie eine Sensation schaffen, was es ja wäre, bis in der Zweitligist wäre eine Sensation, wenn wir weiterkommen. Ist aber, finde ich, nicht auszuschließen. Mit der Leistung wie in Fürth, äh, in Fürth, in Pauli auf jeden Fall nicht. Und auch allgemein mit den Leistungen, die wir bis zu gezeigt haben, wird schwer vermutlich. Aber, vielleicht kriegen wir eine starke Leistungssteigerung hin. Vielleicht entfacht der Pokal ja noch irgendwas. Und, wie man so schön sagt, im Pokal ist alles möglich. Vielleicht haben wir tatsächlich die Chance, ne? Leverkusen ist nur das große Problem. Es ist so gefühlt, wie man so formulieren will, unser absoluter Angstgegner ist. Also, das ist schon, gut, nicht lange her, dass wir das letzte Mal gegen Leverkusen gewonnen haben. Aber drumherum ist es extrem selten, dass wir da irgendwas geholt haben gegen die. Das war nämlich das 1-0 in der Rückrunde. Gut, das ist sowieso eine absurde Rückrunde unter Korkut. Das 0-1, aber wir eigentlich auch das komplette Spiel dominiert wurden von Leverkusen. Dann Elver hat Ziele noch gehalten und dann der Kopfball von Gentner und absolut frecher Auswärtssieg mitgenommen. Da war ja die Rückrunde, wo es absolut alles lief. Und wir mit absolutem, ja, nicht guten Fußball, aber halt den Grundtugenden und eiskalt vom Tor diesen siebten Platz errungen haben. Das ist auch in diesem Running-Gag gesehen, dass jetzt Köln quasi die Nummer macht und am Ende das jetzt auch siebter wird. Aber nicht in die Euroleague kommt, weil wir das Pokalfinale gegen Bayern gewinnen, weiß ich, so ein kleiner Vergleich. Weil wir hätten es ja auch gepackt, hätten die Bayern nicht das Pokalfinale verloren gegen Frankfurt damals war es, glaube ich. Mit dem siebten Platz. Und sonst, wenn man drumherum guckt, egal ob zu Hause oder auswärts, so das Beste ist noch ein Unschieden. 2-2, 2-12, 3-3, 2-14. Sonst haben wir wirklich, wenn ich jetzt nicht irgendwie gerade falsch gucke, immer auf fußballdaten.de, so ziemlich alles verloren. Gegen Leverkusen 2009 haben wir noch ein Auswärtsspielgeber in Leverkusen. Aber sonst auch drumherum, gut, da drunter wird es dann ein bisschen besser. Das war auch diese bessere Phase, da um die Meisterschaft drumherum. Aber so gefühlt ab 2-10 aufwärts haben wir gefühlt, wenn ich es richtig sehe, irgendwie einmal gewonnen und drei Unschieden mitgenommen. Das war es dann, den Rest haben wir alles verloren. Also gegen Leverkusen ist einfach so ein absoluter Angstgegner, muss man leider sagen. Dann noch auf ein paar Tweets einzugehen. Kempf wurde heute erfolgreich operiert, manchmal steht hinter ihm so ein schönes Bild. Ein bisschen, ja, dass die Menschen auch zusammenstehen, ein bisschen zeigen auf Social Media. Das ist immer sowieso, finde ich, stärker geworden, was Twitter oder Instagram und sowas angeht. Ich kann auch da jetzt irgendwie, wenn neu eingestellt wurde oder irgendein Praktikant da im Werk ist. Aber ich habe das Gefühl, wir sind da auf jeden Fall ein bisschen mehr up-to-date und auch ein bisschen spaßiger. Und ich, ja, ein bisschen weg von diesem Club und Business und bla bla bla. Da sind wirklich auch ein paar lustige Sachen mit drin. Auch sehr, sehr schön von St. Pauli die Entschuldigung vom Miyaichi, das ich in dem Video kurz entschuldige kack dafür, für das unfreiwillige Foul, aber halt vor allem für die Verletzungen am Ende. Wir hatten auch eine richtig geile Kurio in Pauli gesehen. Das auch noch. Und dann, was sehr wichtig ist, der VfB bezieht Stellung zu dem in Hamburg von einer Fangruppe gezeigten Transparent. Die Stellungnahme findet ihr hier, wo der VfB sich komplett davon fernhält, was da passiert ist. Auch gegen Heidenheim, diese sexistischen, ich sag mal, Plakate oder Transparente genau, von sich weiß. Und das nicht mit dem VfB übereinstimmt und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Statement. Sondern dann kommen wir noch zu einem Ding. Da wird schon ein paar Tweets durchgehen. Auch der hier, der mir sehr, sehr sauer aufgestoßen ist, wo ich absolutes Kotzen kriege. Mit dem Punktgewinn, also 2. Februar, also am Sonntagmittag, Sonntagabend, mit dem Punktgewinn am Millern-Tor, wo der HSV und Bielefeld leer ausgingen. Warum auch immer leer ausgingen, man zusammenschreibt, so ist ich auch noch nicht. Vielleicht schreibt man es aber auch so und ich bin der Dumme. Und der FC St. Pauli 18.22 Punkte geholt hat, können die VfB-Akteure mit etwas Abstand gut leben. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, was alles an diesem Scheiß-Tweet falsch ist. Oder an der Aussage falsch ist. Punktgewinn am Millern-Tor ist schon grundsätzlich falsch, wenn du aufsteigen willst. Weil St. Pauli, so wie wir aber auch am Samstag, unterirdisch gekickt hat. Fußballerisch gar nichts oder wenig können. Einmal die Grundtugenden. Bei uns genau dasselbe am Samstag halt, deswegen ist es auch ein 1-1 gewesen. Aber bei Pauli brauchst du nun wirklich nicht stolz drauf sein, dass du 1-1 gespielt hast. Auch nach dem Spielverlauf eigentlich nicht. Das Pauli-Tor war ja auch eine der wenigen Chancen, die Pauli hatte. Einfach nur komplett abnormal bescheuert und schlecht verteidigt. Wo der HSV und Bielefeld leer ausgingen und der FC... Ne genau, wo der HSV und Bielefeld leer ausgingen, behauptet man ja erstmal so. Habe ich auch vor dem Spiel gesagt, HSV 2-0 verloren, Bielefeld 3-0 verloren. Das ist dann wieder diese Scheiß-Vergleicherei. Diese Scheiß-Vergleicherei, dieses Schönsaufen von der Situation. Das absolute Schönsaufen. Was soll denn der Dreck? Nur weil Bielefeld und Hamburg zu dumm waren, um in Pauli Punkte zu holen, in Pauli halt zu gewinnen, wir haben ja auch nur einen Punkt geholt, in Pauli irgendwie Punkte mitzunehmen oder zu gewinnen, ist das keine Entschuldigung und macht das nicht besser, dass wir es nicht hinbekommen haben, in diesem unterirdischen Dreckspiel am Samstag bei Pauli zu gewinnen. Das macht es nicht im Ansatz irgendwie besser. Dann zieht da wenigstens noch bitte irgendwelche anderen Vergleiche mit ein, wer alles schon bei Pauli gewonnen hat. Das schauen wir jetzt einfach mal direkt spontan durch, wer Pauli schon so alles gewonnen hat. Da war doch irgendwo ein Heimspiel, oder nicht? Hannover. Hannover hat bei fucking St. Pauli gewonnen. Hannover. 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 Der KSC hat einen Punkt geholt bei St. Pauli. Darmstadt. Darmstadt hat bei St. Pauli gewonnen. Kommt mir nicht mit irgendwelchen blöden Bullshit-Vergleichen, wo der HSV und Bielefeld leer ausgingen. Einfach das Maul halten. Und der FC St. Pauli 18,23 Punkte geholt hat. Ja, superschön, ganz toll. Heimstärke ist das, was total selten ist. Total selten. Und 18,23 Punkte geholt zu Hause heißt auch einfach nur, dass sie auswärts komplett gefühlt alles verloren haben. Das hat auch nichts zu heißen. Wir sind auch heimstark. Und auswärts komplett scheiße. Hätten sie den Fakt auch dann reinbringen können. Können die VfB-Akteure mit etwas Abstand gut leben? Warum könnt ihr mit gut leben, bei St. Pauli einen Punkt mitzunehmen? Nach dem Spielverlauf. Okay, vielleicht. Ja. Ist irgendwie noch okay. Ja, die sind Zwölfter. Wir sind aktuell noch Zweiter, weil Hamburg heute Abend noch spielt. Aber wir sind gerade aktuell Zweiter und die sind Zwölfter. Da kannst du mit einem Punkt nicht zufrieden sein. Vor allem, wenn man sieht, was wir ja gesehen haben und uns dem auch leider, keine Ahnung, angeknüpft haben oder dem einfach auch nachgeeifert haben als Mannschaft bei einem Klub. Keine Ahnung, das war ja kein gutes Fußballspiel. Von beiden nicht. Und dann zufrieden zu sein mit so einem Spiel und einem Punkt dort und das hier so schön darzustellen, so ja, da hat der HSV und Bielefeld dann verloren. Also die über uns oder die quasi Mitkonkurrenten haben da auch verloren. Also ist alles okay und Pauli ist sowieso heimstark und so. Und deswegen können wir auf jeden Fall mit einem Punkt leben bei St. Pauli. Wir wollen ja auch nicht aufsteigen. Dieses blöde, fucking, schön saufen von dieser Drecks. Ja, was soll denn das? Was soll das einfach? Ob verlieren oder unschieden, hat es dich in dieser Liga einfach als VfL Stuttgart anzukotzen. Das hat dich anzukotzen. Das ist wieder dieses Zurückfallen in absolut alte Musser. Das ist wieder dieses wie Gentner, ich meine, das war vor der Abstiegssaison, ja, war vor der Abstiegssaison, wo wir gegen Mainz auswärts verloren haben und danach oder davor eins von beiden kam auch der scheiß Auftritt bei Hansa Rostock wohl rausgeflogen zu der ersten Runde im Pokal. Dieses nach dem Motto, ja, in Mainz muss man nicht gewinnen. Oder diese Sprüche wie irgendwelche Bayern- und Dortmund-Spiele, das sind alles Zusatzspiele, wo dann irgendwelche anderen Konkurrenten halt die Spiele ihres Lebens gemacht haben. Klar, und beispielsweise Augsburg und sowas, die in den Spielen halt dann irgendwie aus Versehen mal 2-1-3-2 gewonnen haben, weil sie es einfach gewollt haben. Und bei uns war es immer so, ja, ein Zusatzspiel, nicht unser Bereich. Und dann hat man halt 3-0-4-0 aufs Maul bekommen. Diese Einstellung in diesem Verein, hier scheinbar auch komplett durchgezogen. Klar, eine Social-Media-Abteilung hat jetzt nichts mit dem VfB zu tun so an sich oder mit den Leistungen auf dem Platz. Aber es zieht sich ja scheinbar wirklich komplett durch den Verein. Mit dem Punktgewinn am Milan-Tor, wo der HSV und Bielefeld leer ausging und der FC sein Pauli 18,22 Punkte hat schon allein so ein riesengroßer, ewig langer Nebensatz reingewirkt, um sich irgendwie schön zu saufen, können die VfB-Akteure mit etwas Abstand gut leben. Warum können die VfB-Akteure mit so einer Drecksleistung bei so einem, ja, wie gesagt, nicht böse gemeint. Der Klub ist ja echt cool. Geile Stimmung war auf jeden Fall auch schon allein durch den Fernseher zu hören. Die Entschuldigung am Ende von dem, der halt kämpft den Kieferbruch zugefügt hat. Wie gesagt, nicht Drecksklub, aber spielerisch ebenso Drecksklub St. Pauli am Samstag. Damit kann man nicht zufrieden sein. Und deswegen macht das mir auch so ziemlich wenig Hoffnung auf dieses Pokalspiel, weil ich genau weiß, dass sie sowieso reingehen mit, ja, gut, wir können hier vielleicht gewinnen, aber ist ja auch Leverkusen, ist ja ein Erstliges, ist ja auch nur ein Zusatzspiel. Wenn man da verliert, ist kein Problem und bla bla. Wer schon alles in Leverkusen verloren hat und so weiter, dann kommt vielleicht nochmal so ein bescheuerter Tweet. Sowas kann ich nicht abweilen, in unserer Situation geht das aktuell nicht. In unserer Situation geht das aktuell einfach nicht klar, so ein dummer Tweet. VfB-Akteure können die sollten nicht mit so einem Spiel und so einer Leistung und so einem Ergebnis sollten sie, egal mit wie viel Abstand, nicht gut leben können. Und diese dumme, ja, diese blöde Schönsauferei, HSV und Bielefeld, die sind ja auch da ausgegangen, wir haben sogar einen Punkt geholt, guck mal, wie geil wir sind, geht mir einfach nur auf den Sack. So, das musste jetzt mal kurz loswerden, wenn man die Twitter-Kommentare so durchgeht, ist das genau das gleiche, immer wieder Ausreden, alle regen sich auf, wegen diesen Ausreden und wegen dieser Schönsauferei seit Jahrhunderten und genau deswegen sind wir auch verdient in dieser Liga, weil einfach keiner in diesem Klub scheinbar ein normales Weltbild hat von diesem Klub gerade oder von der Situation gerade. Aber vielleicht ist ja Sensationspotenzial vorhanden in der Partie, was heißt vielleicht ist es immer Potenzial dabei ist der Pokal, da gibt es andere Regeln, wie bescheuert war das gerade, wie geil war das gerade ausgesprochen, der Pokal hat eigene Regeln, jetzt nochmal auf normal und nicht auf besoffen gefühlt. Ja, Stream-Reaktionen gibt es, da ist jetzt dann, kommt Klub, keine Ahnung, je nachdem man das hier hochlädt, so in einer Stunde oder sowas, kommt die Ankündigung nochmal in Videoform, diesmal halt leider vom Plan her wäre es besser gewesen, dass ich das dann morgen Abend raushaue, damit es wirklich einen Tag vor der Reaktion ist, aber da die PK heute nicht war und dann hoffentlich morgen noch ist, kommt der Trailer halt dann morgen und das dann beides aufeinander, ja, da ist mir der Trailer wichtiger, dass den viele sehen, ähm, genau, da wird einfach nochmal retweetet und sowas und ich meine, zwei Tage kann man sich das auch merken, dass am Mittwoch 18.15 Uhr, habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, oder ist ja auch relativ normal, dass wenn ich hier bin, in Ansbach und alleine bin und ein VfB-Spiel ist, dass ich da eine Live-Reaktion drauf machen werde, in 99% der Fälle. Genau, die kommt dann auch, Mittwoch 18.15 Uhr oder so geht es dann los, halt ein paar Minuten vor Anstoß, 18.30 Uhr Anstoß und dann gucken wir mal, was das Spiel so bietet, ne, was das Spiel so bietet und dann auch mit besserer Qualität, weil ich jetzt, ähm, mir quasi den direkten, das direkte Upgrade quasi, Produkt zu meiner jetzigen Webcam geholt habe, die jetzt 27p konnte und jetzt kann die halt 1080p, das heißt, die andere weiß ich noch nicht, vielleicht kriege ich es irgendwie cool hin, dass ich noch einen zweiten Kamerawinkel oder sowas einstelle, aber ich glaube eher nicht mit den Reichweiten von den Kameras und PC und so weiter, nicht ja immer, sieht man ja dann immer in meinen quasi kurz vor Anpfiff, äh, nochmal Ankündigungsvideos, da wo ich kurz durch die Wohnung oder halt durch das Setup filme, stelle ja immer einen PC ins Wohnzimmer und so, baue es immer alles um und da ist die Reichweite von den USB-Campen jetzt nicht so lang von den Webcams, aber vielleicht bekommen sie irgendwie hin, vielleicht bekommen sie irgendwie hin, dass ich da irgendwie noch einen zweiten Kamerawinkel einbaue, der auch Sinn macht mit halt der etwas schlechteren Kamera oder mit der 27p Kamera, ist ja auch HD, aber halt die richtige gescheite Facecam ist jetzt 1080p Webcam, direkte, das ist direkter Upgrade zu der Cam, die ich bisher hatte, Greenscreen ist auch hergeholt, den werde ich vermutlich auch einsetzen, dann hat man vielleicht, mache ich vielleicht noch einen schöneren Hintergrund rein oder sowas, kann man dann mal gucken, wie es dann aussieht, halt ein schönerer Hintergrund als halt die Dunkelheit draußen und irgendwie Küche und eine weiße Wand so und die Softbox habe ich auch dabei, also Lichtverhältnisse sollten dann auch top sein, also so ziemlich das Beste, wie ich es jetzt aktuell mit meinem Equipment hinbekomme und das ist, finde ich auch schon definitiv mindestens ausreichend bis ordentlich gut für den Kanal mit meiner Reichweite, genau und dann bedanke ich fürs Zuhören, schreibt eure Meinung, Prognosen und so weiter zum Spiel, gerne auch die Meinung zu diesem geilen Tweet vom VfB, über den ich mich hier ein bisschen echauffiert habe und dann, ja, bis zum Trailer und dann hoffentlich auch bis zum Livestream am Mittwoch. A-Tweet アn'tt B-